das ist ein video was ich jedem mensch empfehlen würde was ich schon seit 20 jahren mache aber innerhalb 20 jahre versteht es immer noch keiner weil ich praktisch in videos wie ich gesagt habe die wahrheit nicht aussprechen darf weil ich habe das probiert innerhalb 20 jahre ich habe mit der wahrheit zitate eine webseite gemacht da habe ich die wahrheit veröffentlicht dazu bücher wurde blockiert wenn ich videos mache und öffentliche zitate daraus erwähne mit namen werden die videos blockieren und ich sage immer dass ich jetzt in diesen videos nicht reden kann weil das dann wieder blockiert ist aber ich gebe extra links an unten und versuche es den leuten in 20 jahren verständlich zu machen aber keiner spricht mit mir worüber es hier geht und sie kaspern weiter bis alles kräscht wie ich gesagt habe ich habe es gesagt keine wird gottespläne anhören sie werden alle weiter kaspern bis alles kräscht und dann kann die new world oder das digitale weltsystem unter ihre pantoffeln einführen darauf hinaus will ich gehen ich werde jetzt trotzdem eine deutung angeben es geht um ein buch ich werde dieses buch unten angeben ich kann leider den link nicht angeben ich habe es mehrmals versucht wenn ich den link angebe da sagt youtube ich soll es bestätigen wo ich den link her habe und da muss man dann irgendwelche formulare ausfüllen also das ist mir zu blöd wenn ich einen link unten angebe per video von wikipedia warum muss ich da alles bestätigen meine daten ausfüllen also das ist mir zu blöd ich werde nur den titel eingeben sie geben dass in google ein und auf wikipedia können sie das buch selber lesen es ist keine straftat über ein buch zu sprechen und über ein buch zitieren dr trabig janosch hat dieses buch auch gelesen und bearbeitet der ex banke ronald der in der new world oder illuminanti satanistische sekten trainer war hat ein interview gegeben was sie da so in hintergrund alles planen und machen leute enteignen gelder wegnehmen mit zins und verschiedene rituale wo auch eingeladen war der hat offiziell auf englisch deutsch und holländisch ein interview gegeben und hat dieses buch erwähnt und hat gesagt wer dieses protokoll buch nicht liest der wird nie leben die weltgeschichte verstehen und wird nie leben diese politische situation was heutzutage vor eure augen abspielt verstehen und das ist die wahrheit und wenn sie innerhalb 20 jahre kein buch lesen können weil der ex banke ronald bernhard hat auch gesagt das ist wie eine tageszeitung wo punkt vor punkt alles niedergeschrieben ist was diese plan mit der menschheit und sie gehen nach diesem plan für eure augen vor auch die impfpläne waren dann wieder geschrieben auch das digitale geld der cbc die ernst wolf ist in diesem protokoll niedergeschrieben dass sie eine weltwährung plan ein geld ein government und sie werden die welt regieren mit gewalt und werden alle könige dazu leiten dass ihre welt macht auf wie soll ich sagen erbaut wird das ist zitat das ist nicht meiner ideologie das ist zitat von dem protokoll buch und ich werde jetzt mal sagen ich bin selbst jude aber ich bin der echte jude dr trabig hat das thema mehrmals bearbeitet wenn man seine videos übersetzt irgendwelche da hat er dieses protokoll buch bearbeitet und das judentum und er hat immer gesagt er ist auch echte jude nach dem gesetz nach der an moses und an der propheten glaubt wie jesus und moses gesetz ja auch einhält also das heißt er tötet nicht er lügt nicht und er versucht immer die wahrheit zu suchen und er tut leute nicht versklaven das ist das moses gesetz und nur durch moses gesetz wird einer jude wenn einer das gesetz von moses bricht und lügt tötet und nur an seine eigenen vorteile denkt dass er reich wird und leute versklavt da bricht der moses gesetz und wird nach dem judentum zur heide gotteslästerer und das nennt viele propheten viele propheten sagen es so dass sie das verstehen warum die propheten wie jesus auch auch er sich ja viele propheten so israel gesagt haben israel wenn du den bund verlässt die urkunde von gott ist die ehe kunde die ehe kunde wenn du diesen bund das gesetz bricht wirst du zu hore die sein ehegatte gott verlässt und das ist steht bei jeder prophetie jeder prophetie und wer theologie studiert weiß genau was darunter gemeint ist während moses gesagt hat das gesetz heißt für die juden dass sie nur in zwei farben sich kleiden dürfen schwarz weiß oder braun weiß oder blau weiß also nur zwei farben meistens dunkle farben und sie sollen sich nicht mit gold beschmücken andauern und so weiter und nur der priester das ist das gesetz sie können selber google selber google wie ein priester gewandt von moses von gott selber befohlen wurde von aller selber befohlen wurde die farben alles es muss kamer sein sein pur pur und vorne mit goldene sterne also die goldene zwölf diamanten symbolisieren dass die zwölf völker und gürtel und eine kappe als pur pur und lila und das hat gott befohlen und gott hat gesagt alle priester müssen so ein gewand tragen mit lila kuchen gold und sterne aber wenn sie gottes gesetze brechen die mit gold und lila und pur pur gekleidet sind die priester da werden sie zu großen hurer die gott verlassen haben und den ehebund gebrochen haben der ehebund sind die zwei tafeln gottes gesetz das ist theologische sicht damit habe ich angefangen und das hat jeder prophet gesagt und so verstehen sie auch die apokalypse 17 prophetie und essekel 16 und 17 und 18 wenn israel gott verlässt und das gesetz bricht da werden sie zu ehebrecherin ehebrecherin nennen sie die propheten dies oder die große hurer oder babylon the great die halt zu heiden wird heiden brauchen das gesetz nicht einhalten von gott aber israel muss es einhalten und trabig bearbeitet dr professor trabig bearbeitet dieses protokoll buch er hat es auch gelesen wie ich und viele echte orthodoxe juden haben es auch gelesen wie ich sogar mit mir telefoniert und sie sind auch meine meinung und gottes meinung alles an ihre pläne was da drin geschrieben ist ist gegen moses gesetz gegen moses gesetz und alles was gegen moses gesetz ist gefährdet israel weil gott wird sie dann nicht auferstehen lassen weil sie werden zur ehebrecherin die gott verlassen haben und sie laufen mit heidenkönige mit geheime pläne leute enteignen für ihre eigene welt macht steht drin ich zitiere nur und das können sie selber lesen was ich alles zitiere und dr trabig bearbeitet dieses buch und ich habe damals noch mit dr trabig weil ich theologie studiert habe es gesagt ja das ist alles gegen das gesetz ich habe es gelesen und aber daniel vier sagt dass vier reiche entstehen werden so wird die prophetie war daniel vier hat gesagt am ende der tage wird ein viertes reich das letzte reich auferstehen was alles verein will alles aber unter eine seine eigene hufeisen schad und jede jedes königreich regieren will und sehr mächtig wird und kriege finanziert und mit list und so die welt macht an sich reich ein einziges reich und das ist ihr ziel nur wird oder ein government eine weltwährung ob das jetzt am euro war vorher haben sie schon geplant 2010 aber da ging das nie aber sie wollen darauf hinaus dass eine wie ernst wolf auch gesagt hat eine zentrale weltbank und das bargeld wegnehmen den leuten sogar punkte bloß geben die leute zu versklaven und das ist alles gegen moses gesetz ich bin echte jude ich halte vom kleinkind alter des moses gesetz habe darüber geschrieben die waren antisemiten hat dr trabig gesagt sind diejenige die waren antisemiten sind diejenige die die echten juden kaputt machen die über gottes gesetz und moses gesetze schreiben und die falschen juden machen die das gesetz brechen so sieht es aus das ist zitat von dr trabig dass er hat gesagt ich ziti alles was ich sage ist zitiert von professoren und bücher er hat gesagt wo er das protokollbuch gelesen hat da denkt man wenn man das protokollbuch liest so hat er gesagt dass moses gott ein mörder ist und ein lügner und ein römischer zäsar und das kann nicht moses gott sein weil alles all die punkte sind gegen moses gesetz und er hat gesagt gott ist eigentlich eine liebe liebende gott ein gerechter gott der nie lügt der die lüge hast der falsches zeugnis hast der bruder darf seinen eigenen bruder nicht versklagen das hat mohamed auch wäre der könig ist genauso viel wert wie der kleinste bürger und kein mensch darf versklavt werden jeder mensch muss gottes gesetz einhalten und nach gottes gesetz handeln aber nicht paar elite denken dass sie dass sie nur sie menschen werden und die anderen wir sollen dann tiere sein und die kann man dann vergiften versklavt enteignen deren grundrechte wegnehmen die gesetze ändern und eigentum wegnehmen bargeld wegnehmen häuser wegnehmen das ist alles gegen die zehn gebote das gesetz gottes und so werden sie zur ehebrecherin ehebrecherin und enteignen die leute von ihren eigentum was moses und amos und jeder prophet verboten hat und wer mit zins wurde kann schon gar kein jude sein steht bei ezekiel derjenige der mit zins wurde und sein nächsten sein eigentum da dadurch wegnimmt soll er leben fragt ezekiel und die antwort steht in der bibel geschrieben was mit dem passieren wird am ende der tage ich werde es jetzt nicht sagen aber steht in der bibel ob er leben soll oder nicht der mit zins wurde und die leute enteignet und ezekiel war der größte prophet der sogar gott gottes wagen gesehen hat erscheinung und gottes tempel gesehen hat und seine wiederkunft und wer dieses protokoll buch innerhalb 20 jahren nicht gelesen hat der soll weiter kaspern darauf geht es ja hin wie ich gesagt haben sie können so lange weiter kaspern in jedem parlament in umgang deutschland frankreich überall bis sie dann sie warten darauf dass alle leute kaputt gehen und dann können sie sagen so jetzt sind alle kaputt alle sind insolvenz und da lachen sie nur und dann wenn wirklich alle pleite sind ja jetzt ist eine lösung das digitale punkt system und dann werden die leute sagen okay hauptsache ich habe diese fraß und sie werden ihre eigene rechte und bargelder eigentum abgeben für punkte und sklaven sein das steht in ihre protokoll bücher auch und das ist eine schande meine akrapläne israel ich habe immer gesagt sind für von gott und nicht gegen gottes gesetz moses gesetz sondern mit gottes moses gesetz ausarbeiten und ihr hört es nicht an handelt nach eure eigene taten gegen gottes gesetz und diese juden wie josef saka antebi der mich auch mehrmals angerufen hat der auch gegen dieses protokoll buch ausgesagt hat und auch gesagt hat das ist alles gegen gottes gesetz den schlägt ihr auch zusammen dass er emigrieren muss als echter jude und macht ihn blöd und so und viele viele orthodoxen die dagegen demonstrieren schlägt ihr mit eure polizei zusammen und diese ultra orthodoxen die auf meine seite und gottes seite sind die festhalten am moses gesetz die werden leben und auferstehen das steht ihr auch in der bibel denn wer gottes gesetz und moses gesetz bricht und die wahren die guten kaputt macht ihn nur für moses gerechtigkeit und gesetze sich einsetzen der kann schon gar kein mensch sein der so handelt nur an seine eigene macht denken aber die leute versklagen moses hat euch gemahnt von anfang an werde nie wie in ägypten nehme nie das bargeld weg und versklagen die leute erinnere dich israel dass du in ägypten auch kein geld bekommen hast und wie schlecht ist die gegangen ist ihr habt nur ein bisschen fraß bekommen aber er musste dafür arbeiten werde nie so wie in ägypten weil gott wird euch verhassen moses hat euch an anfang an gemahnt und ich habe darüber geschrieben und wenn ihr das ich das waren ja nicht meine mahnungen was ich geschrieben habe sondern bibelzitate von moses da wenn ihr das gelöscht hat und mich kaputt machte hast ihr moses ihr hast moses gott weil ihr das plan den leuten das geld wegzunehmen und punkte mit punkten zu leiten und da müssen sie nur für punkte arbeiten wie in ägypten weil sonst bekommen sie nicht mal bisschen fraß so sieht es aus ernst wolf hat auch gesagt dass dieses system wirklich so wird wer dann nicht haargenau sich leiten lässt der kriegt er nicht mal punkte da wurde praktisch tot gemacht weil wenn man immer punkte bekommt kann man nicht mehr essen weil du kannst ja kein gespartes irgendwo oder gehst dann irgendwo arbeiten weil es gibt kein geld mehr und du wirst dann verhungern und das ist ein folter foltermechanismus ein menschen folterer system bau dir auf wo ja menschen foltern können andauernd erpressen können das ist ein erpressungssystem wenn du menschen erpresst du musst so und so handeln und so und so denken und so und so viel stunden raten für die punkte sonst kriegst du nicht mal punkte dass du essen kannst das ist wie in einem knall knast ein enteignungs und erpressungssystem wo sie menschen dadurch erpressen und alles wegnehmen sogar die menschenwürde nehmen sie weg und das ist auch gegen alle grundrechte von straßburg und wenn richter da nicht aufwachen und nicht das endlich mal in system nehmen dass kein mensch enteignet werden darf auch die bargeldung nicht weggenommen sein dass man menschen nicht mit punkte leiten soll wie in einem knast sondern menschen sollen verdienen können weil früher durfte man im knast auch nicht geld verdienen sondern nur vielleicht einen abschluss machen aber wenn man jetzt offene leute in so ein system einpresst das ist gegen alle grundregeln und grundgesetze und dagegen müssten die richter endlich mal aufstehen wenn sie richter sein würden ich wollte den leuten ich habe gottes pläne in 40 teilen offenbart und ernst wolf ich sag nur eins ich habe bei 3000 euro angefangen arbeit aber nicht vor zwölf stunden ich habe gesagt nicht mal die hälfte müssen sie dafür arbeiten das ist so ausgearbeitet das max sechs stunden würde reichen und von 3000 euro und dann die ganze energie heizung wasser fahrtkosten der arbeitet wer umsonst sie brauchen keine rechnung zahlen und die beamte bekommen sogar 7000 euro und ich habe nie gesagt dass man nie mehr geld verdienen kann da habt ihr meine aggrapläne nicht verstanden weil ihr überhaupt nichts studiert hat ich habe immer gesagt wenn man ein geschäft hat da meldet man sich an ich habe ein geschäft ich arbeite da jeden tag vier bis sechs stunden als chef da kriegt man automatisch 3000 euro automatisch kriegt man 3000 euro aber ich habe auch immer gesagt deine einnahme was du in dem geschäft verkaufst da musst du dafür nur zehn prozent dann abziehen das heißt wenn du jeden tag oder sagen wir mal pro monat pro monat verdienst du in den geschäft sagen wir mal 20.000 euro verdienst du als einnahme in den geschäft da musst du nur zehn prozent abgeben den start und 90 prozent von der 20.000 gehört dir neben deine 3000 euro das habe ich gesagt und wenn wenn du ein größeres geschäft machen willst jetzt zum beispiel kein friseursalon wo du 20.000 euro verdienen kannst sondern ein autogeschäft oder ein größeres geschäft oder ein gespartes erbaust und du nimmst da zwei millionen euro ein da musst du trotzdem nur zehn prozent den start abgeben du kriegst jeden monat eine 3000 euro weil du da arbeitest als chef aber von den zwei millionen kannst du alles behalten nur zehn prozent gibst du als steuern den start ab ich habe nie gesagt dass ich hier leute enteignen will und nur ein grundeigentum einführen will wie die sie in hintergrund plan wer meine agrapläne nicht mehr versteht obwohl ich so primitiv erklärt habe dass die entschuldigung ich habe keine fachwörter genutzt ich habe wirklich die primitivsten wörter und dann noch auf der tafel gezeichnet alles primitiv vorgekaut und wenn die das jetzt nicht mal verstehen da muss ich sagen habt ihr ein ingo von vierjährigen die nimmer in der erste grundschule gegangen sein meine pläne sind von gott und ich will keinen enteignen und ich will die leute reich machen und jeden einzelnen will ich reich machen jeden einzelnen mensch will ich die freiheit geben weil gott ist der vater und er hat alle menschen dafür erschaffen dass jeder frei wird das hat mohamed gesagt und keine zehn prozent brüder sollen die anderen brüder vor sklaven und als sklaven nutzen und dann mit punktsysteme wie hunde behandeln wie hunde behandeln die nicht mehr geld bekommen und nicht mehr reisen dürfen und reisefreiheit wollt ihr wegnehmen dadurch durch den system wie ernstwort gesagt hat die reisefreiheit zehn minuten darf man nur sich bewegen in einem umfeld von zehn kilometer und man darf nicht reisen man darf nicht rausgehen ihr wollt die leute einkeckern die reisefreiheit wegnehmen bargelder wegnehmen alle gesetze wegnehmen und noch das eigentum die häuser und alles mögliche grundrechte das system ist big babylon apokalypse 17 die mit könige die herrschaft übernehmen und alles geld der erde kontrolliert werden und die menschen werden alles verlieren und das ist ein großer staat sagt die bibel die apokalypse 17 punkt 18 es ist keine frau ein großer staat der die welt macht an sich reisen will und alle könige dazu verführt damit zu machen die leute enteignen und kaputt zu machen und der große staat sitzt auf alle gewässer der erde die gewässer die du gesehen hast sind alle völker der erde alle menschen sollten werden unter joch das sagt noch die bibel als erklärung was die gewässer sind und wie sie das machen werden und diese große staat wird alle gesetze von gott und moses und jesus nicht mehr einhalten weiß eine ehrbrecherin ist steht auch geschrieben unter apokalypse 17 punkt 6 es ist eine ehrbrecherin eine große ruhe die gottes gesetze nicht mehr einhält sondern mit einer welt währung geld alle leute verführt und könige und alle menschen gewässer völker versklavt und unterjocht so sieht es aus und das ist ihr plan und darüber habe ich geschrieben wer mit doktor trabig doktor trabig hat namen genannt wer da mitmacht also ernst wolf nennt auch namen also er sagt die größten bankers wie fed und wenn wenn grad und so aber da gibt es viel viel mehr leute die da mitmachen also alle bankers machen damit an der spitze trabig nennt die bankers perna man kann seine bücher kaufen wer damit macht und er weiß auch wie sie das einführen mit spinning taktik die leute versklaven mit zins und dann die häuser wegnehmen und alle könige werden dazu geleitet sein eigenes volk auf die straße zu schmeißen und das hat urban all die jahre hinbekommen sein eigenes volk auf die straße zu schmeißen jeden tag in budapest werden zehn familien enteignet und auf die straße geschmissen und der polizei schmeißt sein eigenes volk dann mit kindern um an ob auf die straße und das haus wird ablombardiert und das ist machen die seit jahren und das ist eine schande wenn der könig sein eigenes volk auf die straße schmeißt weil früher war es der feind da war stalin der reingekommen ist und jetzt hat er als könig den feind übernommen die rolle und nicht praktisch der gerechte könig schützt sein volk und wurde nie sein eigenes volk enteignen auf die straße schmeißen mit kindern oma und opa und die häuser wegnehmen punkt und da kann er sich christen partei nennen wenn moses gesetz verbietet das amos hat dagegen profitiert jeder prophet häuser wegzunehmen und eigentum und gelder das ist das zehn gebot wer die gebote bricht ist schon gar kein christ und ja wenn er sich dadurch mächtig fühlt dass hauptsache er von eu gelder ein milliardenschloss im bus das er gebaut hat er hat von eu gelder nur für sich ein milliardenschloss gebaut und alle andere leute sein eigenes volk enteignet ablombadiert ich nehme jetzt fakten da können sie nachgeben wo meine mutter wohnt als rentnerin sie ist echte deutsche staatsbürgerin sie hat in potsdam studiert aber nach der wende ist hierüber gesiedelt nach ungarn und ich nenne jetzt ein dorf janus schäumer da haben damals in der vor der eu 2000 war eine wie sagt man eine frage wie viele leute in jedem dorf wohnen das wurde eingetragen im grundbuch und 2000 vor der eu 2000 haben sie das gemacht und da wurden 10.000 einwohner in janus schwarmer registriert 10.000 einwohner die häuser hatten und arbeitsplätze jetzt sind nach der eu und nach urbans regierung hat urban victor der hälfte von diesem dorf enteignet und die häuser weggenommen es sind zwar immer noch so 6000 registriert aber von diesen 6000 die registriert sind noch arbeitet auch die hälfte in ausland dass sie irgendwie existieren das haus steht leer jedes zweite haus steht in umgang leer gehört der bank er hat innerhalb fünf jahren das dorf halbiert halbiert und das ist nur ein dorf in jedem dorf ist dasselbe vorhanden und doktor trabe kommt mit der wahren fakten dass von zehn millionen einwohnern nach der eu drei millionen kohldusch zergehen hat er gesagt wurden zur was heißt kohldusch zu obdachlosen gemacht innerhalb paar jahre wurden sie drei millionen zu obdachlosen gemacht und sechs millionen haben schon das land schwarz verlassen und nur die hälfte lebt per papier in umgang und haben die mehr arbeitsplätze in umgang sie arbeiten in ausland also praktisch nur paar rentner sind da wirklich geldverdienende menschen aber die rente wollen sie auch wegnehmen und paar zigeuner die klauen gehen das ist die wahrheit und alle anderen arbeiten an ausland und nur die polizei bekommt geld das ist ihr system und das war niedergeschrieben in das protokollbuch dass sie das mit die könige machen weil wenn alle dann crashen können sie das digitale punkt system einführen als lösung werden sie das anbieten als lösung obwohl es keine lösung ist es ist die totale versklavung es ist die totale versklavung gegen moses gesetz ich bin echter jude ich halte das gesetz und ich habe jetzt über bücher geredet und meine pläne sind von gott und meine pläne sind nicht gegen das grundgesetz und nicht gegen die menschenwürde und auch nicht gegen moses gesetz sondern alles gesetzmäßig aufgebaut und das ist die lösung und wenn die könige weiter rund kaspern und lieber dieses fiktio punktsystem sklaven system erbauen werden da werden die planen wie ich gesagt habe nie aufhören nie und wenn sie das brauchen jeder mensch hat ein leben auf erde das sagt die bibel bis er stirbt und da dieses eine leben muss jeder mann beweisen dass er gott dienen kann und den propheten und anhören kann weil nur dann wird er auferstehen und wenn sie dieses eine leben nur dazu nutzen um die heiligen gesetze und heilige menschen umzubringen und schmähen und kaputt zu machen da seid ihr vor gott keine männer und ihr werdet auch nicht auferstehen und dieses leben bekommt ihr nicht mehr zurück weil ihr jetzt die chance gehabt gott zu dienen alle männer hätten jetzt beweisen können dass sie zu aller gehören und zu aller den kampf für das gesetz kämpfen und nicht gegen gott und gegen den prophet kämpfen und sich enteignen lassen wie behindert weil das ist das größte kabarett ihr kämpft gegen gott gegen das grundgesetz und lasst euch lieber enteignen und kriecht dann die reichen leute ja ihr könnt so lange kriechen bis dann alle enteignen sind und da wird dann ein misstauf entstehen und armut entstehen und nicht nur armut sondern viele depression weil wenn man leute versklavt und nicht mehr reisen lässt kein geld mehr gibt und andauernd unter stress situationen du darfst das nicht sagen das nicht machen weil sonst kriegst du nicht mal punkte da werden noch mehr depressive entstehen und dieses was sie jetzt erbauen hat nichts mit gott zu tun auch nicht mit grundgesetz oder grundrechte zu tun weder mit menschheit sie denken dass die leute roboter sind dass sie nur zu hause so es gibt menschen es gibt es wir jetzt sagen es gibt menschen die die das gefahr gefällt sozusagen die denken aber da brauche ich nicht rausgehen ich kann zu hause dann einfach nur so sitzen und brauchen die reisen ich mir reicht eine wohnung und ich will sowieso nicht rausgehen es gibt solche leute weil viele leute sind depressiv oder haben krankheiten die wollen auf die straße wollen wollen die leben wollen die reisen wollen die frei sein es gibt sehr viele die sagen ich will einfach nur zu hause rocken aber man soll diese leute nicht mit den normalen leute vergleichen die gerne reisen die gerne leben die gerne geld sparen und gerne einfach was unternehmen was kein mensch interessiert wo sie das geld hinhauen wenn ich da reisen gehe und mir ein bier leistete soll das nicht der new world auto kontrollieren und wenn ich die meinung binde sollen sie mich nicht dann schikanieren du kriegst jetzt mal einen punkt dass du nimmer ein bier kaufen kannst also die normalen leute die nicht behindert sind würden sich dagegen wehren und ich sage noch zum schluss ich habe 2001 meine bücher geschrieben mit einer webseite da war das protokoll buch veröffentlicht was nicht mein buch ist mit dr trabiks bücher und erklärung und ich war immer dagegen weil es gegen moses gesetz ist und gegen die grundrechte und ich bin ein echter jude ein echter jude der moses erd und gott erd und die propheten und die echten juden wie josef antebi und diese ultra orthodoxen die dagegen demonstriert haben das sind die echte jungen die gottes gesetze festhalten aber nicht die zehn prozent die mit amerika und die bankers die leute versklagen und solche pläne schmieden dass alle alles kaputt machen nein und ich habe noch gesagt 2001 ich wusste wie die menschen handeln was sich von meinen büchern offenbart hat also erfüllt hat ich daran erkennt man dass ich kein falscher prophet bin ich habe 2001 geschrieben wenn ich mit gottes gesetze mit moses gesetze diese pläne verurteile da werden sie alle menschen gegen mich leiten dass ich keine arbeit habe und immer mich schmähen beschmutzen und böse worte gegen mich sagen und die menschenrechte wegnehmen und ich habe mir gesagt wenn ich dann im gericht gehe jeder gerichtsmann schützt dann die mörder und straftäter und das opfer soll die fresse halten das habe ich 2001 niedergeschrieben dass das passieren wird und das ist passiert ich bin kein falscher prophet weil gott kennt ihre taktiken und ihre taten und weiß dass ihre richter von der new world order kontrolliert sind und diese richter sind nicht von gott nein weil wenn sie von gott wären da würde ich schon menschenrechte haben und diese mörder die mich umbringen leuten gegen gottes gesetzt werden jetzt in knast aber sie schützen alle mörder die mich gefoltert haben wegen moses gesetzt und in mir bis jetzt die menschenrechte weg und lassen sich leiten von leider sozusagen satanistische okkultistische leute und das hat sich offenbart und noch eins hat sich offenbart ich habe geschrieben dass die männer heutzutage nicht von gott sind weil ein mahrer ein wahrer mann würde hierher kommen und sagen lasst uns anhören was allah zu sagen hat was allah gott will lasst uns gott folgen und nach gottes pläne handeln aber sie kommen nicht weil sie nur zu huren gehen weil sie ein hurengeschlecht von sodoma und gumora sind die nicht mehr gottes ratschläge und pläne anhören gehen und weil ich keine hure bin wird kein mensch mich anhören und das hat sich auch offenbart innerhalb 20 jahre fuhl viele und gott hat nicht gelogen dass ihr ein geschlecht von sodoma und gumora seid dass ihr nur zu huren geht aber nicht gottes pläne und ratschläge eine studierte lehrerin anhören können weil das beweist er innerhalb 20 jahre dankeschön